It's time to go live! Und damit herzlich willkommen zurück zu Part Nr. 2 von der Counter-Strike-Runde. Es lief anfangs ja nicht ganz so rund, wie ihr gesehen habt, aber ich muss sagen... Oh, fuck, hier sind glaube ich alle outside, wa? Genau. Dann rushe ich jetzt hier lang. Ich kann jetzt mal fix meinen Squad zeigen, da sieht das 12 zu 12, ich hab mal ein bisschen aufgeholt. Sieht jetzt nicht mehr ganz so behindert aus. Fuck, Leute. Nicht gut. Jo. 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 Nanj Ja, weißt du, ey, das ist so behindert, ey. Dann nehme ich eine Runde wieder auf. Und gleich so was hier, Alter. Trace, ist das dein Ernst? Scheiße, der Topa Mio, wir stehen auch noch gleich schlecht, Alter, ist das ekelhaft. Ich will die nicht rauswerfen, der ist der Beste aus dem Team, weißt du, aber wenn es denn so eine A-Siegen sind, Alter. Ich glaub's ja nicht. Ich hab keinen Bock mehr, das ist einfach so ätzend, Junge. Ja, sorry, Leute, tut mir leid. Ja, es hätte gleich der zweite Part danach. Ich hab noch ein paar Runden so durchgespielt, ich mach daraus eine 5-Minuten-Party, ist mir jetzt scheißegal. Die Runde wird zu Ende gespielt, hier zieh, äh, verabschiede ich mich von euch, Alter. Scheiß, Alter. Äh, danke fürs Zusehen, Leute. Haut da rein, see ya.